In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Kaffeeinlauf vorbereitet und durchführt. Dazu braucht ihr einmal gemahlenen Kaffee, am besten in Bio-Qualität, Pestizidfrei und so weiter. Ich mache jetzt hier 1 Liter Einlaufflüssigkeit und koche dazu einen halben Liter für den Kaffee und dann verdünne ich das Ganze dann später mit nochmal einem halben Liter gereinigten Wasser. Und verwendet auf keinen Fall Leitungswasser dafür, am besten mit einem Destilliergerät selbst destilliertes Wasser. So, da kocht das jetzt auch schon und da gebe ich dann jetzt 3 Esslöffel von dem Kaffee hinzu. Ja, jetzt habe ich das hier ein bisschen vercheckt, kocht ein bisschen über, also wenn es kocht, das Feuer direkt dann runterfahren. Ja, dann lassen wir das jetzt 5 bis 10 Minuten bei niedriger Hitze köcheln und dann verdünnen wir das später mit dem restlichen halben Liter Wasser. Um den Kaffee zu filtern, faltet ihr am besten so zwei Kaffeefilter übereinander und bringt die dann mit dem Gummi am Einlaufbecher an. Dann den Kaffee hinzugeben und alles schön durchziehen lassen. Zum Schluss dann die zweite Hälfte mit gereinigtem Wasser auffüllen, sodass ihr dann am Ende auf einen Liter kommt. Mit dem Finger nochmal nachtesten, im besten Fall sollte das Wasser so lauwarm sein. So, jetzt ist das Ganze auch soweit fertig. Die beste Position, um sich jetzt den Kaffeeinlauf einzuführen, ist meiner Meinung nach, wenn man sich jetzt so seitlich auf eine Isomatte hinlegt, da kann der Kaffee ganz gut in den Darm einlaufen. Danach sollte man das Ganze dann natürlich nicht nur einwirken lassen, indem man da still rumliegt. Man sollte schon ein paar Gymnastikübungen machen dabei, zum Beispiel in die Kerze oder in den Handstand gehen. Oder verschiedene Yoga-Übungen sind auch gut, wie zum Beispiel die Kobra-Position. Und sich auch dann immer in verschiedene Positionen begeben, hin und her mal drehen, damit das alles ganz gut durchgeschüttelt wird und die Einlaufflässigkeit dann gut durch den Darm gespült wird. Das Ganze dann so eine Viertelstunde bis 20 Minuten drin behalten. Wenn der Druck dabei zu hoch wird, am besten in die Kerze gehen und tief ein- und ausatmen. Das hat bei mir auf jeden Fall viel gebracht. Ja, Kaffeeinläufe sind ja grundsätzlich ein kontroverses Thema. Die einen sagen, nee, Kaffee ist ein Nervengift und auch über den Darm gerät das dann über die Darmschleimhaut in den Blutkreislauf. Also ich kann das Ganze so nicht bestätigen. Ich habe jetzt zum Teil vor dem Schlafengehen auch 2 Liter Einlaufflüssigkeit, also mit einem Liter purem Kaffee, als Einlauf genommen und konnte dann genauso gut schlafen. Also bei so einer Kaffeemenge würde man das ja schon merken, wenn das in den Blutkreislauf geraten würde. Ich habe damit nur positive Erfahrungen gemacht. Ich habe damit sehr viel ausgeschieden. Parasiten, Schleim, verhärtete Kotreste, die im Darm übrig bleiben. Und kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Also ich hatte ja auch andere Einläufe mit Wasser und verschiedenen Kräutern, aber die fand ich jetzt nicht so effektiv. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Eventuell mache ich nochmal ein separates Video über die genaue Wirkung von einem Kaffeeinlauf oder einem Einlauf allgemein. Ja, und ansonsten alles Gute und bis dahin. Ciao. Ciao. Das war's.